Floh im Ohr, 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 yeah. Ein Floh starkes Hallo! Heute habe ich mal ein tolles Trommel-Mitmach-Lied für euch. Nein, eigentlich ist es gar kein Lied, es ist ein rhythmischer Sprechgesang. Und ihr braucht dazu entweder eine große Bodentrommel, ihr könnt natürlich auch eine kleine Trommel verwenden, den großen Tisch, wo ihr drumherum sitzt, oder zur Not auch eure Schenkel. Den Text dazu gibt es bei uns im Floh-Shop unter www.flohimohr.tv, dort könnt ihr es downloaden. Und jetzt fange ich einfach mal an. Bumba-da-tschack, wir trommeln im Takt, wir trommeln mal hier, wir trommeln mal da, wir trommeln mal laut, wir trommeln mal leis, manchmal alleine, doch lieber zu zweit. Bumba-da-tschack, wir wischen im Takt, wir wischen mal hier, wir wischen mal da, wir wischen und bumm, wir wischen und trommeln, wir wischen die Trommel und machen dann bumm. Bumba-da-tschack, wir trommeln im Takt, wir trommeln mal hier, wir trommeln mal da, wir trommeln mal schnell, wir trommeln und halt, wir enden gemeinsam mit ganz großem Knall. Ja, und ihr habt vielleicht im Text gehört, dass ich dann in der ersten Strophe sage, manchmal alleine doch lieber zu zweit. Das heißt, es könnte vielleicht auch ein Kind alleine anfangen und dann kommt ein zweites hinzu. Oder der Rest der Gruppe. Oder ihr teilt die Gruppe tatsächlich in zwei Gruppen auf. Das heißt, die erste Gruppe beginnt und dann kommt die zweite Gruppe hinzu. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und nicht vergessen, ein Flo-i-Mor lauert überall. Auch beim Trommeln. Tschüss! Schenke unserem Flo dein Abo. Das wäre absolut floh-stark. Und besuche unbedingt unsere Website www.floh-i-moor.tv Wir freuen uns auf dich!